Schade, dass wir aus dem Wettbewerb raus sind. Aber das ist völlig egal, denn wir beide sind ein tolles Team mit einem klasse Rhythmusgefühl. Hey, du kannst ja richtig nett sein. Stimmt doch. Wir sind beide sehr talentiert und skaten sensationell. Also... Das freut mich, dass du das sagst. Ich erkenne mich gar nicht wieder. Oh, da bist du nicht die Einzige. Ich kenne auch jemanden, der sich gerade anders verhält. Bis jetzt musste ich mich auch gegen dich wehren. Und du warst ständig gemein. Ich war gemein zu dir? Ja. Ich glaube, da verwechselst du was. Unmöglich. Ich würde nie etwas verwechseln. Wer wollte denn unbedingt mit mir am Wettbewerb teilnehmen? Ja, du hast recht. Ich habe mich mit dir angemeldet, weil du ein einzigartiges Genie bist. Und, naja, du bist talentiert und kreativ. Und großzügig, solidarisch und bescheiden. Ja, besonders bescheiden. Danke. Und? Skaten wir weiter? Nein, eigentlich... Komm, nur ein bisschen. Ganz kurz. Ich möchte dir einen supergenialen Schritt zeigen. Heute kann ich nicht. Ich habe wirklich viel zu tun. Gut. Dafür aber morgen. Und ich akzeptiere keinen Nein. Na schön. Bis morgen.